Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Walking Dead Season 2. In der letzten Folge haben wir es geschafft, Sarah wieder mit uns zu bekommen. Wir haben Luke wieder bei uns. Leider ist Nick ja nicht mehr bei uns. Nun haben wir die Aufgabe, Jane zu finden und sie dazu zu bewegen, bei uns zu bleiben. Ja, ich bin mal gespannt, wie das Ganze hier weitergeht und wünsche euch schon mal viel Spaß. Okay, dann wollen wir mal sehen, wo sie ist. Kugeln ausgewählt, upsala. Ah, da ist sie, ja. Allerdings, wenn sie gehen will, sollte man sie gehen lassen. Wäre natürlich schön, wenn sie bei uns bleibt. Ist alles okay? Okay. Okay. Yeah. Yeah. Just a lot's happened today. And I don't know if... Wow. It's sometimes good to have someone watching your back. So, come on, partner. Let's go check out that deck. I like the height. Ob Clementine die Höhe mag, ich weiß nicht. Partner? Okay. Na, wenigstens dann eine Treppe. Ja, ich glaube, alle könnten eine Pause gebrauchen, aber es ist ja nicht wirklich möglich. Vielleicht gibt es dort noch Essen. Wenn es lockt ist, vielleicht gibt es noch Essen. Ja, das war ich. Hm, vielleicht kann ich den locken. Ein Kugel? Versatilität ist nicht überrated. Okay. Und hoffentlich sind da keine Walker drin. Das würde ja aber dazu passen, zu The Walking Dead. So, was haben wir hier? Eine Kanone, die könnte vielleicht helfen. Ja. So, können wir uns die Karte anschauen? Ja. Au, shit! You okay? Yeah. I think I almost had it. Keep looking. Okay. Können wir da mal durchschauen? Das wäre praktisch irgendwie. Hm, hätte ja klappen können. So, was haben wir da am Plakat? Wird uns wahrscheinlich auch nicht weiterhelfen, aber wir gucken uns trotzdem mal an. Hm, okay. Dann eine Mülltonne. Das ist nicht viel. So. Dann schauen wir mal hier rein, wenn wir hier reinkommen. Äh, natürlich nicht. Okay. Hm. Ist hier noch irgendetwas? Hier ist die Kanone. Ist hier oben irgendwas zu sehen? Nein. Hier muss doch irgendwas sein. Das Fernrohr funktioniert wahrscheinlich auch nicht. Gehe ich mal von aus? Doch. Okay. Oh. Fremde sind nie gut. Okay. Ein Kind? Warum kommt er hier hoch? Warum kommt er hier hoch? Keine Ahnung. Aber wir sollten ihn ausfüllen und sehen, was er da ist. Ich mag nicht, dass ein Strangler so nahe zu den anderen haben. Wir haben genug auf unseren Plätzen, mit einem Baby zu kommen. Das letzte, was wir brauchen, ist jemand, der seine Freunde über die neue, easy-targete in der Nähe. Wir sollten nur versuchen, zu sein, bis er weg ist. Gut. Shit. Hiebe jetzt. Auf jeden Fall ist er verletzt. Okay. Schauen wir mal, ob wir irgendwas sehen. Aha. Mit ihm sprechen wäre, glaube ich, keine gute Idee. Aber gut. Wir versuchen es mal. Oh. Okay. Ich möchte nur mit dir reden. Verstehst du mich? Verstehst du mich? Okay. 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 Ich gehe. Ich gehe dich allein. Okay. Okay. Ich gehe nicht... Ah! Back up. Put die weg. Put die weg. Klein. Make sure er hat keine andere Weapons in da. Eine ganze Apotheke? Nein, 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 nein. Take whatever you want, but don't take the medicine. It's for my sister. My older sister, she's sick. The pain makes her cry and that makes those things come. Please. This medicine is all she has. If that medicine's for your sister, why are you hiding it in the garbage? I, uh, I need to keep it, I need to keep it safe. Sister or not, we could really use that stuff. No, you are not nice people. You have already left me defenseless, and now you, you take my sister's medicine? You are worried. Hey, we've got people who are suffering. Who need this medicine? Luke's still a wreck after Carver's. Kenny's a mess. Rebecca's in pain. Look at all of it. Clementine, we need that stuff. People are suffering just as much as yours. You are not special. Clementine, yes, you must believe me. We don't believe a fucking word about your sick sister. Oh, man. Oh, I don't know. We shouldn't do that. Oh, mach keinen Scheiß. Oh, mach keinen Scheiß. Oh, what are you doing? You don't have to do this. Just let me go. Jane, don't do it. Don't you ever come around here again. I don't care if you do have some sick sister. The next time I see you, you won't just be walking away. Go. Wir sollten die anderen holen gehen. We should go get everyone else. Yeah. Go get the others. I'm gonna get this place opened. Then we need to get moved in ASAP. Heieieiei. Also wir haben schon in The Walking Dead 1 das Auto nicht ausgeraubt und werden es auch diesmal nicht tun. Vielleicht wird es das zum Verhängnis, aber wir sollten andere nicht ausrauben für unseren eigenen Vorteil, sehe ich noch immer so. Jane und ich haben versucht zu öffnen die Gift-Shop und ein Arscher kam. Was? Shit. Das ist das letzte Mal, was wir brauchen jetzt. Was ist passiert? Ich bin Angst. Er könnte gefährlich sein. Well, ich bin froh, dass du okay bist. Ist Jane noch da jetzt? Ja, sie versucht zu öffnen die Gift-Shop. Nein, ich kann sie nicht herausfinden. Ich bin froh, dass sie wirklich auf der Linie stellt, aber im Moment, sie zeigt dir nichts, was funktioniert. Ich bin nicht ganz sicher, ob sie einfach so wie die Leute ist, oder wie ich. Ich mag sie. Sie ist ehrlich. Und sie weiß, was sie machte. Ja, das ist mehr als ich für einige sagen kann. Jane scheint der Typ von Person, der sich temperiert von Hardschip, weißt du? Aber wenn ich jetzt auf Kenny sehe, er einfach... er scheint broken. Und die Menschen schrecklich sind. Ich weiß, dass du eine Geschichte mit ihm hast. Ich glaube, er ist ein guter Mann. Er hat zumindest angefangen als ein guter Mann. Aber ich glaube, er hat nur noch mehr zu nehmen, als er kann. Du bist falsch. Kenny ist stärker als jeder. Er versucht uns zu schützen. Ich weiß nicht, Clem. Ich glaube, dass vielleicht all das Horror noch nicht auf dich gekommen ist. Carver hat es verdient. Carver hat es verdient. Er war ein schlechter Mann. Kein Frage über das. Ich hoffe, dass wir nicht gleich werden. Ich muss die anderen über den Deck erzählen erzählen. Ja, gut. Ich will, uh, ich will sehen Sie zurück. Ja, es ist nicht einfach, seine Menschlichkeit zu bewahren in so einer Situation. Das denke ich wohl auch. Ich muss noch nicht in Arbeit sein, Kenny. Was, wenn etwas falsch ist? Nichts falsch. Ich weiß nicht, wie wir leben können. Clementine. Was hast du? Die Gebäude in der Rückseite hat eine Aufmerksamkeit. Woher der Baby wird sicher sein? Es wird so viel schneller kommen, als ich dachte. Ich habe gesagt, du hast dir alles geholfen, über nichts zu tun. Es ist hoch, also es sollte sicher sein, von Walken zu gehen. Das ist gut. Alsbald Mike und Bonnie kommen, wir gehen. Hey, Clem. Alles, was er tat, war für dich und das Baby. Alles, was Alvin getan hat, war für dich und das Baby. Back at Carver's. In der Arbeit. Er hat sich hinterlassen, um die Leute zu schützen uns. Er hat uns geholfen. Er hat uns geholfen. Natürlich. Natürlich, er hat er. Ich weiß, es ist ein Worte. Aber ich kann nicht stoppen denken über Dinge, die ich hätte gesagt haben. Dinge, die ich hätte gesagt haben. Dinge, die ich hätte gesagt haben. Wie soll ich das machen? Wie soll ich das machen ohne ihn tun? Alvin hat mir gesagt, dass er die Baby wird eine Frau sein. Oh, ja? Das große Dumpf nicht immer hat eine Chance für diese Dinge. Ich habe ein Gefühl, das ist ein Junge. Du bist ein guter Kind, Clementine. Ich bin froh, dass du da bist, um das Baby zu schauen. Oh, shit. Oh, Mann. Ja, die Situation mit Jane kann ich auch bei ihr nachvollziehen, dass sie misstrauisch gegenüber einem Fremden ist. Sollte man immer sein, hat uns The Walk Me Dead bisher auch immer gezeigt. Allerdings fand ich es nicht richtig, ihm seine Medikamente zu stehlen. Wir wissen nicht, ob die Geschichte mit seiner Schwester wahr ist, aber es war sein Zeug und das sollte bei ihm bleiben. Ja, wie das Ganze hier weitergeht, ob wir Bonnie und Mike wiederfinden, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.